Hallo liebe Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Update von TheForest. Mein Spielstand hat es erschossen und ich mache deswegen ein neues Mal starten. Sieht ein bisschen merkwürdig aus draußen, ich finde das jetzt gerade mal nicht so schön, aber der Junge sieht jetzt auf jeden Fall besser aus. Man hat auf jeden Fall, denke ich, gesehen, wie der arme Junge im Sitz irgendwie eingeklemmt war. Oh, in der Zwischenzeit ist hier auf jeden Fall schon mal ein kleines Bäumchen gewachsen. Okay. Und es ist Taghell, es ist nicht mehr Nachts irgendwie. Okay. Dann muss das wahrscheinlich so sein. Wie gesagt, neue Version, Version 0.05 haben wir jetzt. Ich bin gespannt, was das hier geben wird. Ich bin mir nicht sicher. Ja, komm, hau ab. Es soll, also wenn man das Spiel startet auf jeden Fall, dann gibt's, ähm... Na... Äh... Dann kann man seine Grafik in so einen kleinen Launcher updaten, beziehungsweise einstellen, was man denn da so hat. Ich würde auch mal interessieren, warum. Naja. So, wir sind wieder draußen. Es sieht wieder einigermaßen gut aus. Strahlender Sonnenschein. Survival-Modus an. Ähm... Warum? Ja. Ich, wie gesagt, also meinen Spielstand konnte ich nicht nehmen. Das war ein bisschen merkwürdig. Den alten. Anscheinend, äh... Muss man tatsächlich ein neues Spiel wieder beginnen, so wie das aussieht. Ist nicht unbedingt gerade so schön. Unbedingt nicht gerade so schön. Aber... Ja komm, den lassen wir mal drinnen. Den Ball, der ist jetzt mal... ...nicht interessant. Ähm... Neuerungen. Es gibt einige Neuerungen. Ähm... Und zwar gibt es jetzt, ähm... Ein neues, eingeborenen Dorf. Aber inwieweit das relevant ist für uns jetzt hier... Äh... Kann ich gar nicht mal sagen. Neue Tiere gibt's leider immer noch nicht, als auch den Koop-Modus gibt's immer noch nicht. Aber es macht ja alles gar nichts. Ähm... Ich denke, im Laufe der nächsten Jahre wird das wohl gehen. Was mir auffällt, das ist alles viel, viel heller, als, äh... Die andere Version noch. Das fällt mir jetzt mal direkt auf. Also ich hab das auch noch nicht gespielt oder so, um zu gucken hier, was ist hier Neues oder sonst was. Was ich ja eigentlich auch in den vergangenen Versionen gesagt hatte. Was ich ja eigentlich so machen wollte. Weil da weiß man schon mal Bescheid. Aber ich finde, wenn man da erst... Keine Ahnung was... Wenn da zum Beispiel steht, ne... Es gibt ein Motorrad hier. Und dabei gibt's gar kein Motorrad. Ist das ein bisschen doof. Wenn man das dann ersuchen muss, oder wie auch immer. Aber... Ähm... Es gibt auf jeden Fall neue Crafting-Rezepte. Da werden wir uns gleich mal darauf stürzen. Ähm... Und zwar kann man sich jetzt endlich einen Pfeil und Bogen sich craften. Ich finde, das sieht noch ein bisschen komisch aus. Das hier. Das sollten sie vielleicht noch mal ein bisschen verändern. Ja, da ist er ja. Der Kleine. Ja, und Vögel fliegen immer noch ins Wasser. Als wenn's fliegende Fische wären. Naja, so. Nahrung haben wir schon mal. schon mal einen Anfang wieder... in eine neue Welt einzubrechen. Ähm... Ja. So, was haben wir denn hier? Hier hat sich einem sich auch nichts getan groß. Ich guck mal eben in mein schlauen Buch rein. So, das ist ja klar. Diese Feuerplätze. Die Häuser sind auch alle klar. Ich glaube, der Stickholder hat sich ein bisschen verändert. Aber ansonsten ist jetzt hier... Also, diese Rabbit Cage, das funktioniert immer noch nicht. Ach, das war's schon. Wie kann man sich denn die Waffen dann dann spawnen? Äh, bauen, craften. Da steht auf jeden Fall hier ein Licht drinne. Man braucht... Man muss das hier mitmachen. Mit dem Inventar, da brauchst du die Federn bei und und und. Und man kann jetzt auch Heilung erstellen mit Hilfe dieser Pflanze hier. Ah, da wird so angezeigt jetzt endlich mal. Das ist ja schon mal ein kleiner Fortschritt hier. In die richtige Richtung. Und es hört sich immer noch so an mit dem Regen, als wenn man in eine Blechhütte wäre. Also, ich finde das auch noch nicht so schön. Das war irgendwie am Anfang war das besser. Ich kann mir nicht helfen. Ja, ich würde sagen, wir bauen uns einfach mal auf. Am besten da, wo wir auch Nahrung haben oder so. Oh, da sind Eingeborene schon. Wir Happa Happa machen. Ja gut, hier haben wir uns eigentlich immer relativ öfters aufgebaut. Dann machen wir es jetzt wieder. Ja, also das ist jetzt so das, was jetzt neu ist. Also es ist nicht wirklich viel. Es sind wieder ein paar Bugfixes gekommen. Klar, das sind unwesentliche Dinge eigentlich. Also wirklich die wichtigsten und wesentlichen Dinge, die erzähle ich euch hier schon. Ja, also das ist jetzt wirklich nicht viel, was jetzt hier gekommen ist. Und alle hoffen ja auch so ein bisschen darauf, dass der Koop endlich mal kommt. Oh, man sieht jetzt seine Hand auch endlich mal. Das ist ja alles nett. Guck, dann machen wir hier mal Survival hier. Vom Feinsten. Ich sehe das gar nicht richtig. Soll wohl so aussehen. Ja, das ist ja cool, dass man seine Hand sieht. Aber ich glaube, die müsste eigentlich auf den zweiten da oben sein, die Hand. Aber wir wollen das jetzt mal nicht schlecht reden. Es ist ja schön, dass man das jetzt so einigermaßen gemacht hat. Auch wenn das noch teilweise fliegt hier alles, das ganze Werk. So, wir brauchen Steine noch und diese kleinen Äste. Also mehr gibt's wirklich nicht. Also fällst du jetzt irgendwas erwartet noch? Nein, gibt's nicht. Es sind nur ein paar Bugfixes, aber das ist wirklich nicht erwähnenswert. Und das ist das einfach. Ähm, ich hab mich auch gefreut, wenn's ein bisschen mehr geben würde jetzt als nur ein paar Bugfixes. Man sieht auch von der Axt her, ne? Also die Grafik ist komplett anders. Die ist irgendwie kleiner. Wirkt sie jetzt im Gegensatz zu anderen Versionen? Das ist schon fast zu klein. Na komm, fall um, du blöder Baum. Kann man eigentlich vom Baum erschlagen werden? Kann man ja mal einmal testen. Ach, der fällt einem einfach nur auf den Kopf. So, jetzt brauchen wir nur noch ein paar Steine. Ne, das ist ein Kiesel, der ist doof. Kiesel wollen wir nicht. Stöcker und Steine. Ja, ist eigentlich ein bisschen, ähm, ja gut, das mit dem Bogen. Dass man das jetzt nicht im Buch sehen kann, das ist, ähm, ja, auch nicht so der Hit. Aber auf der Seite, äh, steht das, wie man den baut. Ich werde es aber allerdings hier in dieser Videobeschreibung, werde ich das natürlich auch, äh, mit reinpacken, mit, äh, reinschreiben. Der ganze, den ganzen Change-Log, wie eigentlich sonst auch. Wie sonst eigentlich auch immer wieder. Damit man da mal so mal selber drüber gucken kann, ja, was hat sich da eigentlich so getan. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht wirklich so Tolles bei. Wieder keine Ausdauer mehr. So ein paar Steine hier noch. Das wäre jetzt zum Vorteil. Ich denke, jetzt kann man auch den Garten richtig nutzen mit diesen Pflanzen auch. Aber ich glaube, nur die Heilpflanzen funktionieren. Äh, andere Sorten der Pflanzen, die kann man anscheinend hier noch nicht einbringen. Was auch noch nicht so der Hit ist. Also man merkt, dass das jetzt wirklich mit, ja, kleinen, kleinen Schritten vorwärts geht. Mal eben ein bisschen vorsichtig sein jetzt. Wir müssen uns ja jetzt nicht gleich sofort wieder ins Gefecht stummeln. Wobei sowas lässt sich auch nicht vermeiden. Ja, und wieder ganz viele Bugfixes auch in den, äh, Höhlen. Da das ja auch immer mal wieder vorgekommen ist, dass, äh, Leute runtergefallen sind unter der Karte und sind dann gestorben. Ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich nervig ist. Okay. So, ein Shelter haben wir schon mal. Äh, äh, ein Feuerplatz. So einen süßen. Das machen wir auch mal ganz schnell. Das geht ja eigentlich relativ schnell. Wir brauchen Blätter. Dann können wir hier diese Bäume hier fällen, ja. Kriegen wir auch gleich Stöcker mit bei. Okay. Ja, klar. Komm, hau ab. Was ist das denn? Warum braucht man denn dafür so lange? Dauert ja länger als ein richtiger Baum. Ähm. Okay. Sammeln wir einfach mal auf. Wie viele Blätter haben wir? Ach, haben wir alles voll. Okay. Ja, und, ähm, es war auch nicht groß, das Update. Ich glaub, 200 MB oder was? Also es war nicht wirklich, ähm... Ja, da kann man jetzt gar nicht so viel machen. Ja. Das ist jetzt unser, ja... Platz. Ähm. Wie gesagt, ist nicht mehr passiert. Wir... Ich wollte ja auch noch mal längere Folgen machen mit Soforest, aber ich... Ich glaube, das wird erst passieren, ähm, wenn Koop funktioniert. Weil dann werde ich das mit anderen Leuten spielen auf jeden Fall. Und, äh... Ich denke, das passt besser. Aber da will man auch wirklich direkt Urlaub machen hier. Also wenn jetzt nicht diese anderen da wären. Wir können das übrigens auch ausschalten. Wir können auch einen friedlichen Modus machen. Also das ist alles kein Thema. Aber zur Zeit, ähm, ja... Habe ich jetzt nicht so das Verlangen danach. Okay. Ähm, das Verlangen danach, das jetzt unbedingt jetzt so intensiv zu spielen. Weil es einfach noch teilweise noch verbuggt ist. Ich meine, okay, das ist... Ich meine, okay, das ist... Alles noch im Aufbau, aber... Ich denke mal... Irgendwann wird's soweit sein mit Soforest, dann kann man das mal intensiver spielen. Wobei ich auch denke, einige haben auch schon Soforest und, ähm... Wollen jetzt nicht unbedingt... ... jetzt so ein Let's Play von sehen. Patsche, patsche, patsche. Du bist jetzt mein Haustier. Hat aber auch Loch da drinnen, ne? Hier, willst du haben? Ja, die fliegen auch noch solche Steine. Also das ist alles noch so ein bisschen... Huh. Alles noch so ein bisschen verpackt. Wir können mal eben, ähm, da in die Höhle gehen. Dort hinten. Hab ja ne Axt, bin ja richtig bewaffnet, bin ich, ja? Damit wir jetzt hier mal was anderes sehen. Weil es ist eigentlich an sich immer dasselbe. Das Ding fliegt immer noch in der Luft. Also wie gesagt, ich konnte den Speicherstand, ähm... ...nicht mehr nutzen. Na nu, kommen ja keine Fledermäuse raus. Und wie es aussieht, gibt's jetzt auch Kieselsteine. Überall. Das war vorher auch noch nicht so gang und gäbe. Wenn, dann musste man die sich selber... ...klein hauen. Ja, ich meine, bringt das Licht hier überhaupt was? Auch jetzt nicht unbedingt so viel. Obwohl, doch. Man sieht schon ein bisschen mehr als sonst. Okay. Hört sich gut an, das mit dem Wasserfall hier. Ah. Das ist unser Horror-Survival. Oh, da ist das Ding schon runtergekommen von der Decke. Hallo. Beruhigen Sie sich. Kann man das Ding jetzt eigentlich töten, oder? Ah, ja. Das sieht nicht gerade besonders intelligent aus. Kann das denn mit jedem Bein zuschlagen oder nur mit dem einen? Ja, das dreht sich auch noch unpassend hin. Was war das denn für eine Attacke? Das müssen wir auch noch mal lernen. Noch mal üben. Ah, ja. Das war's. Der Ding ist K.O. Ja. Also... Gut. Dann ist das so. Oh, anscheinend gibt's auch Beine jetzt mal. Schade, dass diese Dinger hier nicht so richtig aktiv sind. Diese kleinen... kleinen süßen. Gehen wir aber einfach mal weiter. Lassen wir das Ding hier liegen und... ...elendig vermodern. Das sind... Die kann man nicht öffnen, ne? Das sind wieder irgendwie... ...spezielle. Ja. Mal gucken, wo's jetzt hier lang geht. Auf was wir jetzt... ...stoßen. Was ist das denn da für ein Licht? Wom flackert das denn? Was der Hölle ist das? Ja, ich kann jetzt damit nicht so viel anfangen. Das sind diese... ...diese Seile. Da kann man bestimmt unseren Bogen daraus formen. Ja gut, wir müssen natürlich wissen, wie wir was machen. Ja, ich hab' keine Ahnung. Wenn, dann müsste ich mir mal, ähm, die Crafting, ähm... ...die Crafting-Rezepte angucken. Um das zu verstehen. Ich finde, die Höhlen, die sehen ja auch ganz merkwürdig aus. Was? Also... Ich weiß nicht. Es hängen auch keine Menschen mehr... Äh, ja. Guten Tag. Geht's hier nach draußen? Okay. Ich... Guck mal. Ich weiß nicht. Also, man hat hier nicht... Ich meine, gut, man hat keine Taschenlampe sich... Ich seh' ja gar nix vor mir. Ach, Totenköppe. Es ist aber, äh, dunkel, ne? Ich glaube, das ist immer noch so'n bisschen verpackt, das ganze Werk hier. Na ja, da kann man mir sagen, was man möchte. Ja. Ja. Wir gehen durch die endlose Höhle. Oh. Oh, das war jetzt aber am Ruckeln. Wo sind wir denn jetzt? Ich hab' diese ganz komischen Grafikfehler hier auf dem Boden. Das sieht nicht unbedingt schön aus. Das hätte man vielleicht, ähm... Ach, da oben! Hä? Vermutlich kann man hier runterfallen, oder wat? Ich weiß es nicht. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, das ganze Werk ist immer noch verpackt. Auch mit den Höhlen jetzt hier, wie man so sieht. Das wird nicht richtig angezeigt. Und das ist alles so'n bisschen... Ja... Ja, da vorne waren jetzt wieder Gegner, aber... Ich hab' irgendwie keinen Bock, mich jetzt wieder rumzuprügeln. Da das an sich auch ein bisschen langweilig ist. Ah, warte mal. Wir können, glaube ich... Man kann da sogar trinken. Wir brauchen ja eben ein paar Molotovs. Ach, das war's ja auch schon. Wo waren die? Boah, ey. Sie ist echt wenig. Das Feuer sieht jetzt auch so'n bisschen komisch aus. Oh, seht ihr das? Diese komischen Ränder da? Aussieht wie Pixel. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt hier maßlos enttäuscht bin. Na toll. Ah! Wo sind die denn? Tot? Warum? Was ging da erst richtig los? Was ist das denn? Okay, es gibt anscheinend... Neue Items. Aber irgendwie ist das da voll am rumbacken, hier die Grafik. Also, es ist nicht schön. Okay. Höhlenforscher wahrscheinlich. Ja. Also... Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich jetzt mehr erwartet. Vielleicht erwarte ich einfach auch zu viel von diesem Spiel. Das kann natürlich auch sein. Da hat mich das wirklich ein bisschen... ein bisschen enttäuscht hier. Es gibt anscheinend tausend Wege nach oben. Und ich finde diese Höhlen jetzt auch so ein bisschen... langweiliger. Vor allem, dass man hier durch... hier durchgehen kann. Also das ist so ein bisschen merkwürdig. Okay. Ja. Das ist jetzt nicht so... der Hit. Also... Nein. Gehen wir hier noch ein bisschen lang hier. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas anderes. Naja. Schreit ruhig rum. Hier kriegt gleich einer in der Fresse und alles gut. Ach, da ist ja das Dorf. Oder eines der Dörfer. Auch eigentlich nichts, ähm... was jetzt irgendwie... Dieses eine mit den Tennisbällen. Das war lustig. Aber das ist hier eher mehr so... Haaa. Ist mal was Neues. Boah, die Musik ist auch übelst laut hier. Okay. Können die schwimmen? Haben die sich gerade da angegriffen? Guck mal, die können immer noch unter das Wasser laufen. Na, was ist das? Hä? Die nimmt da Schaden, die einer? Und ich werde angegriffen. Unter mir. Irgendwie blutet die. Ich bade. Ich bade. Da, schon wieder Blut. Wieso bluten die denn? Na, ich weiß es nicht. Mein Gott. Ich glaube, ich erkälte mich schon wieder. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie noch ein bisschen arbeiten müssten. Seht euch das mal an. Ja. Ja, also wie gesagt, so ein bisschen Enttäuschung. Ich glaube, das steckt da mit drin. Aber... Also ich habe wirklich am Anfang sehr viel gehalten von diesem Spiel, weil das Konzept einfach super war. Und, ähm, aber jetzt im Laufe dieser ganzen Monate und Versprechen, vor allem, dass es im zweiten Update, ja, also 0.02, dass es da angeblich den Berg freischaltbar wäre und dann im Laufe der anderen Updates, dass dann das Koop funktionieren würde. War ja auch nicht so. Und damit hat man dann so ein paar Versprechen, hat man dann sozusagen gebrochen. Ich meine, gut, das ist klar, so grafisch und Performance, ähm, das sollte vorgehen. Aber wenn ein Mond, ja, wenn ein Mond so doll erscheint wie eine Sonne, dann ist das, kann doch da schon irgendwas nicht stimmen. Ja, ich meine, was ist denn das für ein Mond? Ja. Ich meine, ne, so, so schön und idyllisch wie das Spiel auch sein mag, hat es dementsprechend auch seine, äh, Tücken, ne? Also, das darf man nicht vergessen. Wir speichern, denke ich mal, jetzt hier an der Stelle ab, das reicht auch, äh, was ich euch zeigen wollte. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einem anderen Update dann wieder von The Forest. Das war das Update 0.05. In 18 Tagen kommt schon 0.06 raus, also das nächste Update. Und wir lassen uns einfach mal überraschen, was da auf uns zukommt. Bis dahin, ciao, ciao.